Dieses Video wird euch präsentiert von Get... Nein, eigentlich wird das Video von mir präsentiert. Also, naja, gut. Trotzdem danke an Gethurtz für die Bereitstellung des Telefons für den Test. Das Samsung Galaxy S4. Es ist der Nachfolger vom sehr bekannten und wahrscheinlich dem meistverkauftesten Smartphone weltweit, dem Samsung Galaxy S3. Und Samsung möchte mit diesem Telefon die Erfolgsreihe fortsetzen. Und dazu haben sie ihr Telefon ordentlich auf Vordermann gebracht. Das Telefon ist etwas leichter als das S3 und ein bisschen dünner. Und als ich es das erste Mal in der Hand hatte, fand ich, es war relativ klein. Also es war zumindest kleiner, als ich es erwartet hatte. Klein im Endeffekt kann man es vielleicht nicht nennen. Trotzdem liegt es relativ angenehm in der Hand. Aber natürlich hat jeder erwartet, Plastik. Es ist Plastik, Polycarbonat und es fühlt sich nicht wertig an, wenn man es in der Hand hat. Trotzdem, dass es einen relativ hohen Preis hat, der zur Zeit noch bei über 600 Euro liegt. Was aber bestimmt in der nächsten Zeit noch nach unten gehen wird. Plastik bietet allerdings verschiedene Vorteile. Zum Beispiel für den Empfang von GPS, von WLAN, aber auch für den normalen Mobilfunkempfang. Und zum Beispiel kann man auch, dadurch, dass es hier Plastik ist, die Rückseite abnehmen, den Speicher erweitern, den Akku wechseln, was man nicht gut kann. Es ist bestimmt möglich, aber wir kennen es zur Zeit noch von keinem Smartphone, was aus Aluminium oder anderen Materialien besteht. Der Akku ist mit 2600 mAh relativ groß. Und das Gerät besitzt eine 13 Megapixel Kamera mit LED-Blitz. Es besitzt auch noch einen Metallstreifen an der Seite, der dem Ganzen wahrscheinlich ein bisschen mehr Wertigkeit vermitteln soll, was allerdings nicht ganz so klappt. Und naja, was soll man sagen, es wirkt dadurch fast noch ein bisschen billiger, weil dieses gefakte Metall aus Plastik, naja. Software-mäßig kommt das S4 mit Android 4.2.2 Jelly Bean. Das können wir daran sehen, diese Schnelleinstellungen, die man hier aus Android 4.2.2 kennt. Und wir haben Lockscreen-Widgets, also alles das, was Android 4.2 mit sich bringt. Aber Samsung hat noch viel mehr reingepackt. Sie haben unglaublich viele Software-Features in TouchWiz in den eigenen Launcher integriert, der übrigens sehr bunt wirkt. Also wir haben Sachen wie AirView, dass wir über Sachen drüberfahren können. Oder wir haben AirGesture, damit können wir sozusagen mit unserer Hand vor dem Gerät hin und her fuchteln und damit bestimmte Befehle ausführen. Oder wir haben SmartScroll, das erkennt, wie unser Kopf sich bewegt, beziehungsweise wie sich unsere Augen bewegen und dementsprechend auf Webseiten scrollt. Das alles sieht man auf dem großen 5 Zoll Full HD Super AMOLED Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Das macht bei 5, oder genau gesagt 4,99 Zoll, 441 Pixel pro Zoll. Und dieses Super AMOLED Plus Display zeigt natürlich die Farben total wahnsinnig an, schon fast übersättigt. Also die Farben wirken schon wieder unecht, weil sie so übersättigt sind. Wir haben aber trotzdem sehr, sehr gute Schwarzwerte. Wir haben einen extrem hohen Kontrast und das Display an sich ist relativ energiesparend. Und das führt dazu, dass das Telefon eine sehr angenehme Akkulaufzeit hat. Das liegt aber auch mit einem Prozessor, aber mit 2-3 Stunden Screen-On-Time bei starker Benutzung kann man sagen, dass das Telefon dort zur Zeit wahrscheinlich eines der besten ist, was man kennt. Der Mr. Helfer Syndrom hat übrigens ein Video dazu gemacht, wo er das HTC One, das Samsung Galaxy S4 und das Sony Xperia Z vergleicht in der Akkulaufzeit. Und das S4 ist da einfach nicht zu toppen. Gepowert wird dieses Haus hier vom Snapdragon 600 Prozessor, zumindest in Deutschland, der das Gerät unglaublich schnell macht. Einfach die Benchmarks werden gesprengt. Ich habe noch kein anderes Telefon gesehen, was so hohe Benchmarks hatte. In der internationalen Version gibt es einen Octa-Core Prozessor, das heißt mit 8 Kern. Das sind aber eigentlich zwei Prozessoren, einer, also ein Quad-Core Prozessor, der energiesparend ist und einer, der bei starker Benutzung angeschaltet wird, der dann natürlich mehr Energie verbraucht, aber auch mehr Power zur Verfügung stellt. Eine Frage, die sich bei Plastik immer wieder stellt, ist, wie warm wird das Gerät? Und ich kann dazu sagen, selbst bei intensiver Nutzung wird das Gerät nicht allzu warm. Das finde ich interessant und natürlich merkt man, dass es warm wird dort, wo der Prozessor ist, aber nicht so warm. Ich habe schon deutlich wärmere Telefone gesehen. Kommen wir zur Kamera. Die Kamera ist 13 Megapixel umfassend und hat einen ziemlich guten Sensor, also ich war sehr beeindruckt. Das Rauschverhalten ist sehr angenehm. Selbst im dunklen Schatz sollte es eigentlich noch relativ angenehm sein, aber natürlich bei gutem Licht ist die Kamera wahrscheinlich die beste, die ich je auf einem Smartphone gesehen habe. Dazu bietet die Kamera über die TouchWiz-Oberfläche eine unglaubliche Vielzahl an Features, die ich auch noch auf keinem anderen Telefon gesehen habe. Wir können animierte GIFs erstellen, wir können Video in Videofunktion machen, dass wir Vorder- und Rückkamera gleichzeitig aufnehmen können. Wir können mehrere Male in einem Bild erscheinen und viel, viel, viel mehr. Also die Kamera ist wahrscheinlich übergepackt mit Features und wahrscheinlich die meisten Leute werden gar nicht wissen, was sie alles dort an Features in ihrem Telefon stecken haben. Dies ist ein Testvideo und das ist meine Stimme und das ist ein Baum. Ein Baum mit Blüten. Ein blütiger Baum und eine Terrasse mit Pflanzen. Die Frage, die sich uns jetzt am Ende stellt, ist, dass Gerät ein Kauf wert? Wenn ihr ein Full-HD-Display haben wollt und das Samsung Plastik mögt, was ich durchaus verstehen kann, weil es einige Vorteile bietet, dann gibt es keinen anderen Weg herum, denn es gibt kein anderes Telefon, was ein Super-AMOLED-Display in Full-HD-Auflösung hat und kein Telefon, das so einen hochgetakteten Prozessor hat wie das Gerät hier. Es ist einfach das Schnellste, was man zurzeit auf dem Markt finden kann. Die Frage ist nun, wollt ihr Plastik haben? Wenn ja, dann sollte das Ganze für euch perfekt sein. Das Gerät läuft natürlich nicht mit rohem Android, sondern die TouchWiz-Oberfläche läuft darüber, die schon sehr, sehr stark angepasst ist an Samsung. Es gibt nicht mehr so viele Sachen, die noch original von Android sind, aber es ist Android immer noch. Ihr könnt den Nova Launcher verwenden oder irgendeinen anderen Launcher und müsst das Ding nie wieder sehen. Es liegt natürlich an euch, was ihr bevorzugt. Dann war es das mit meinem Samsung Galaxy S4 Review. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und eine Sache noch, Duftbaumstock, sollte ich irgendwie mal gesagt haben. Ja, dann freut euch auf mehr. Ich habe noch ein paar Videos zum S4 hervorkommend und bald zu euch gebracht werdend. Zum Beispiel ein Vergleich, aber dazu im nächsten Video wäre. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.